ok so meine ausweckel spieler schon aufgebraucht denn auch nicht aber deine beiden darf ich ja gar nicht so ihr beiden ich verabschiede mich mal wieder viel glück ich gucke mir die zweite hilfe der auf dem kanal an jo danke tschau oh mein knutschen hat er mehr ssp als denn benno ja das hat er gar nicht so viel spp das waren auch seine ersten level ups sehe ich gerade ja das waren die guten genau krass bei den 30 level ups die meine nosis hatten hatte ich einen pasch dabei ja ich sag mal so ich hab halt auch nur auf den streamen und auf ihn die guten sachen gekriegt ich hab auch keinen einzigen guard man in meinem team du hattest doch einen ja einen catcher ja der ist aber tot da jetzt mal gar ja wenn man dann dabei hat willst du das ja machen da machen soll man den surfen er spielt nicht ganz sicher ja da wird schon wieder einer findet bereitgestellt das ist noch alle wollen wir mal so ist die gut ist ja nicht so weit hinten dass die die koh das ist die Ach natürlich Das ist groß Ach der hat doch nix Der hält sich nur an Der stellt sich doch nur an Der hält sich 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 nur an weg müssen wir noch ein bisschen ja 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 da sind sie nicht zugewohnen und 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 sicherlich verstehen dass ich ein bisschen Druck ja ob ich nicht so viel Oh, dann habe ich gar keine Spieler mehr übrig. Naja, also... Kann ja hier nicht die Seite völlig unbeaufsichtig sein, verstehst du? Geh mal da hin. Mach das nicht. Manchmal K.O. ist ja gegangen, der Arne Gorbel. Du sollst... Manchmal K.O. Ah, das war doof. Sankt, schmied. Wie andersrum. Na, egal. Keine Schiebung. Persönlich. Persönlich. Weil Nors immer noch... Und du gehst... Oh, der kommt da schon sehr gemütlich durch. Dann muss ich... Weil ich doof bin. Was sagen, das ist... Weil ich so blöde bin, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Scheiß. Ja. So, dann lief er einfach an. Geht ja alles. Ja, jetzt steht er bei der... Was der Hölle ist. Ja, das habe ich eben bei deinem Sidecage auch gedacht. Man kommt halt schlecht an die Jungs dran, wenn da da immer diese Frenzy-Leute drumherum stehen. Ja, da wird auch immer ganz da hinten. Touchdown! Touchdown! 2 zu 0. Ach, das ist zu viel Arbeit. Das ist eindeutig zu viel Arbeit. Ja, ich muss uns das blitzen. Ja, ich muss uns das blitzen. Auch, das ist das blitzen. Ja, ich muss uns das blitzen. Ja, ich muss uns das blitzen. Ich muss uns das blitzen. Nicht so blitzen, wenn ich das blitzen! Nicht so blitzen. Da die Kamera sich wieder plötzlich bewegt, das hab ich mal sehr gerne. Jetzt wird's aber so langsam unschön. Was? Gut. Mal zuerst. Hätten wir nachher die elf. Ähm, Frage? Hast du denn angesurft? Wie, wat, wo und wohin? Mach das einfach. Nehmen wir ihn. Nehmen wir das jetzt geblitzt. Mein Catcher. Und ihm. Ach ja dann, ne. Nein, ich geh nicht hin. Ah. Ne, ist der richtige. Ja, wobei ich hätt... Ja. Sind nicht aufgestellt. Ist mir noch aufgefallen. Mach das Junge. Weil North die besseren Elfen sind. Wie lange ich warten muss nach der Baumzuschlag-Animation, ehe ich weiterlaufen darf. Ähm. Kann ich jetzt wieder ein bisschen nach vorne kommen hier? Jaja. Ja. 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 Ich kann eigentlich mal was dummes machen. Uh, Blitz. Und es geht schief. Yes. So geil. Und es geht erst mal noch mal ein bisschen. Nein. Das ist egal. Chin. Sie ist egal. Das ist egal. Sehr, sehr sehr, 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 sehr, sehr , sehr, sehr sehr, 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 sehr sehr, sehr sehr, sehr sehr, sehr sehr, sehr, sehr sehr, sehr sehr, 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 sehr sehr, sehr, sehr sehr, sehr sehr, sehr, sehr 1, 2 sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr sehr, sehr, sehr sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr , , , , , sehr, 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 , 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 ..., , ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann stellen wir hier immer noch was zum Spielen hin. Oh, Blitz mit dem... Schafft es... Und hat auch noch Tackle und Strip... Ach... Und dann springt der Ball noch da... Zucka! Danke schön. Oh Gott! Yeah! Man! Jedes Going Forward! Genau so! Das machen wir erstmal noch nicht, glaube ich. Durch mehr als nur Sch... Ähm... So, du... Du nur... Okay, dann muss das erstmal bitte klappen. Klappt... Klappt... Das ist... Prima... Ist natürlich leider nicht der... So, der kommt... Genau so... Der kommt überall hin... Überall hin... Das ist ja immer die Sache... Das ist ja immer die Sache, dass die überall hin kommen... nicht... Okay, dann muss das... An der Stelle... Ähm... So... Der hat nur zwei Stärke... Das ist ganz okay... Dann krieg ich nur... Tja... Das sieht natürlich weiß aus... Der kommt... Der kommt da natürlich leider auch noch hin... Dann brauche ich erstmal diesen hier tatsächlich... Der mir... Bittere Pille... Wen blitze ich jetzt? Tja, ich wüsste das jetzt gerne... Wie das passiert... Aber ne... Ich muss... Ich muss... Ich muss den blitzen... Ich... Nein! 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 verdammte in zucht na also schafft ist so jetzt muss ich nur noch jetzt hinstelle da bringt natürlich nicht viel da bringt mehr ich glaube es kommt er natürlich außenrum er kommt von da habe ich habe ich nur der kann da auch ich muss dahin ich muss er konnte auch lang ist auch kein problem für den ach ja oder den er verkloppen da wird nicht dran gedacht das ist schon mal mit dem baum zu schlagen was macht ich muss leider solltest du das jetzt hier gewinnen muss ich leider bei der liga leitung beschweren dass du mit dem baum zuschlägt und das hat nicht mal bekannt dass ich schummel und deshalb nicht wirf jetzt würfeln kann ich eigentlich auch nicht vorher aufstehen lassen einfach aufstehen ja das wäre zu gut wenn es mir jetzt kein dritter 1 werden will schafft ist tüter lieber das war echt zu viel noch ein re-roll ich muss mit dem zäcklerstuhl vorlaufen oder hat kein zäcker und auch schief eis oder so kann man auch oder so kann man auch auch gott wie viel beschweren ich habe noch daneben was für ein witz was für ein witz geht das es 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 Das war's für heute. Ja, die GFIs brechen mir irgendwie was in die Kirche an. Bisschen, ja. Die GFIs laufen im *** nicht bei dir dieses Spiel. So, zwei, äh, es sind wieder... So, da lang könnte ich, da würde ich dann aber... Wenn ich das mache, ne? Warte mal, plus eins, plus zwei. Ähm, das können wir tatsächlich versuchen. Du kannst aus Prinzip... So, das bedeutet, da kriege ich einen Würfel. Au, aber bin weder Techler noch irgendwas. Go for it. Okay, ähm, du stehst erst mal auf. Okay, bitte. Okay. Okay. mit bei nach was auch schon schief gehen die aber ich ja so und jetzt hast du mal genau kann ich mal meinen bonner ja ich bin jetzt ein bisschen noch mal fehlen oder ist ja wieder kein roll das unterstützt sich natürlich ich muss schief eis machen musste keine sorgen machen wahrscheinlich wahrscheinlich ich muss damit ich hinten noch genug teckel habe muss ich da vorne leider 1 beim aufwachen naja aber lieber beim aufwachen die einzelnen jetzt bei meinen wichtigen go ford ich hätte ja satt ... ... ... ... ... 9 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 10 9 10 10 sehr schade mit meinem pass aber immerhin nichts schlimmeres passiert ach weil ich doof bin habe ich meinen kicker ich krieg das super ob das reicht oh ne 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 der müsste doch auch so eigentlich durch kommen ne 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 schleudert jetzt nur k.o. alles gut so noch voll mit anderen wo ich meinen kicker natürlich schon sehr sehr liebhaber geschätzt schade jetzt auch k.o. gehen müssen das gute spiel ja die die hat sehr viel spaß gemacht auch wenn es war anstrengend gleichfalls danke gleichfalls aber ja aber das ist so muss doch genau ach jetzt stehe ich zu weit hinten nicht mongo können gar nichts können wir nichts machen doch doch bei mir zeigt keine sterne darüber an der racho das faul ist er wieder aktiv du hast die rüstung ja auch geschafft na gut dann kann ich nichts mehr machen und sage ja die ebenso ohne 1 hervorragend überraschenderweise wenigstens ja sehr gern doch ich habe eine 4 gewinnt und ich habe einen fanfactor gewonnen und mein neuer ulf hier hat mega krass so dann müssen nur noch jetzt die anderen tausendmal spielen bis ich meinen final das dauert noch vier wochen wahrscheinlich also noch länger naja wir haben jetzt erstmal pause nochmal für alle blocken die das system noch nicht wissen wir haben jetzt jeweils in der gruppe a haben wir die ersten und zweiten aus jeder liga gegeneinander gespielt und jetzt bin ich damit der finalist für das große finale und in gruppe b wir gucken noch mal in die gruppe b 1 2 starlinger profiliger sind glaube ich noch 16 drin blattburg cup gruppe b die waren halt ein paar mehr weil da spielen alle anderen mit waren 30 und die sind jetzt noch an tag 2 das bedeutet das bedeutet es dauert noch mindestens drei wochen er ist zum finale kommt und obwohl wenn ihr das spiel hier seht sind wahrscheinlich nur noch zwei wochen weil das dort ein bisschen das hier rauskommt ja ich bin gespannt wer ist denn da drüben jetzt noch drin die ultra und incredibles das ist der genesis der white mountain sagt man ist doch auch nix ja die anderen ist nicht du hast recht du hast recht nachträglich ich bin das immer nur ja ja völlig zu recht das war ganz falsch glaube die phoenix auch nicht genau machen jetzt wo du sagst du hast recht da knochen körper auf jeden fall lassen wir uns ja ne danke jetzt durch 1890 team werden lassen wir uns überraschen was passiert ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen bedanke mich nochmal bei meinem gegner für dieses wunderschöne spiel es hat wirklich nach geht so ist doch keiner gestorben hier überraschend aber ja da hat also das war menschlich und ich gucke gleich bei ones in skulls du musst ja mindestens 70 prozent haben da ist es war wie ich das sind viele ja aber es waren vielleicht alle nicht aber nicht besonders gut gespielt habe ich das gefühl aber wie gesagt du hast auch viel ja eben ich werde aber muss auch relativ viele machen aber ich hatte auch das gefühl dass mindestens 50 prozent daneben gegangen sind das kann man manchmal täuschen manchmal denkt man hat vorgewürfelt und in wirklichkeit war es eigentlich ganz normal also ja als dann joo ciao joo